Sofort ersetzen. Ach Gott, ein und hundert Prozent. So und jetzt habe ich noch Werkzeuge Kühdorf. Das ist die Linie hier. Die soll es aber nicht mehr geben. Moment, 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 Moment. Warum stehen denn dann zwei Züge hier rum? Maschinen Kühdorf. Ach, das bist du. Okay, Werkzeuge Kühdorf. Soll es nicht mehr geben. Weg ins Depot nicht gefunden. Dann machen wir dir hier schnell eins. Aber dann findest du nämlich den Weg ins Depot. Und dann kann ich diese Linie löschen. Wunderbar. So mache ich das hier mal weg. Kaufen wir das hier mal. Kaufen wir alles nicht mehr. Da kann ich der ganze Schienenverkehr zum Beispiel liegen. Okay, die Produktion steigt. Und dann kann ich das hier mal wegnehmen. So, du nimmst aber fast nichts mit. Werkzeuge für Maschinen Kühdorf. Moment, was? Warum warten da denn Werkzeuge für Maschinen Kühdorf? Werkzeuge für Maschinen Kühdorf. Aha. Okay. Hä? Ich bin gerade etwas überfragt. Die E-Log braucht aber auch lange, bis sie beschleunigt. Okay, was kam da denn Schönes? Das ist ja schön. Okay, vielleicht ist die Idee doch nicht so gut. Machen wir das da mal ab. Okay, ja gut. Du machst ja jetzt kaum Plus, weil du noch keine Abnehmer hast. Das ist verständlich. So, hier oben in den Bergen. Das ist ein bisschen blöd. Gut. Hier haben wir nochmal. Wir haben hier dreimal Waren. Da, da. Viermal Waren. Da, da, da und da. Das heißt, auf der ganzen anderen Map gibt es keine Waren mehr. Ich muss mich jetzt veräppeln. Doch, hier ist noch einmal. Einmal noch. Einmal noch auf der ganzen Map. Nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht, ja. da. Und da ist auch noch eine Linie. Okay, die habe ich schon angelegt. Warum auch immer. Jetzt packe ich hier mal Fahrzeuge drauf. Güter. Oh, sehr schön. Du transportierst bitte Schlacke. Hier habe ich jetzt zwei, vier, zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ah, Schlacke, Kühdorf. Hier ist ja nicht so viel Verkehr da. Dürft es uns eigentlich nicht so viel kosten. Wenn die Züge hier mal stehen müssen. Aber wir transportieren die Baumaterialien natürlich auch noch zu unserem Verteilungszentrum. So, und wie stellen wir das jetzt an? Ach du Heile. Da bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus hier. Das möchte ich eigentlich nicht kaputt machen. Boah, ist das schwer. Das ist jetzt gerade sehr schwer. Der baut das da mal kurz ab. Haltet, das weiß ich noch. Das haben wir hier so rein gewerkelt. Mal extra da ein neues Doppelkleist ziehen möchte ich eigentlich nicht. Leute, ich bin echt überfragt. Ich würde ja gerne euch fragen, aber bis die Folge draußen ist, da habe ich dann wieder 500 andere Folgen aufgenommen. Das sieht eigentlich so schön aus. Können wir das auch erst da hinten hochgehen lassen und dann... Nee, eigentlich nicht. Oder wenn wir hier rausgehen... Wenn wir hier ein Weih hier reinbauen... Das sieht erstens mal scheiße aus. Ich bin überfragt. Okay, Moment. Ich speichere mal kurz ab. Mach kurz Pause. Wie ist denn der Zug hier? Da, ich rufe mich jetzt einfach mal auf. Nicht, dass du mir nachher wendest. Hey, ich hab doch den Baum gerade schon abgerissen. So, was haben wir hier? Wir haben auch... Der... Das ist korrekt. Und was machen wir hier? Hallo. Ich sehe hier, es war das zweite Gleis. Dann müssen wir jetzt hier, wenn es geht, ziemlich dicht an der Industrie vorbei. Weil natürlich nicht wie groß der Industrie ihr Einzugsgebiet hier ist. Ansonsten müssten wir wohl das erste Haus opfern. 65. Können wir da noch 80 draus machen vielleicht? Das können wir sogar. Wenn wir das jetzt hier hochziehen, haben wir 55, machen wir hier 62. Wie machen wir denn das andere? Auf jeden Fall schon mal bis hier und bis hier. Und dann esse ich mal kurz diese Straße hier. So, das ist okay so. Das ist okay. So, jetzt müssen wir hier ganz schnell hochkommen. Und zwar sehr schnell. Ach, das ist ja... Fast schon wieder perfekt, wie das funktioniert. So, jetzt verarschen wir das Spiel natürlich wieder ein bisschen, indem wir hier sagen... Ich baue hier eine Brücke, bitte. Ich baue hier eine Brücke, bitte. Das geht nicht. Ich baue hier nicht. Ah. Er hat doch gelacht. Okay, hier drüben auch noch ein bisschen absenken. Sagen wir mal bis hier. Da entsteht eine Brücke. Okay. Das sieht ja fast schon wie gewollt aus. So, wo kriege ich jetzt hier meine Weiche rein? Dann würde es ja da gehen. Aha. So, ich baue mal hier schnell einen. Ja, was bauen wir denn hier? 160, 140 Meter würde ich mal sagen. Kopfbahnhof zweigleisig. Würde ich mal so anschließen hier. Okay, was ist das denn? Wie ist denn die Krümmung? Machen wir mal so. Das sieht fast schon perfekt aus. Nein, mach das zu. Ja, genau. Ich mache jetzt mal wieder alles ohne Oberleitung und dann können wir immer noch die Oberleitung hin machen. So, bis wohin geht das schnelle Gleis? Bis hier. So, jetzt nochmal schauen. So, das ist hier. So, das ist hier. So, das ist hier. So, das ist hier.